Das Leben ist ne Party, wir reißen alles ab. Man, du bist mega adept, tadadab. Bis die Sonne auf geht's gehen. Ja, das Leben ist ne Party, so schaut's aus. Neben mir sitzt jetzt Isi Glück, sie hatte gerade ihren Auftritt. Geil, dass du da bist, ich freu mich sehr. Freut mich auch sehr, wirklich coole Leute hier gewesen in Wächtersbach. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass du in Wächtersbach bist, denn letztes Jahr war ja dieses Mallorca Party Hessen auch schon hier. Dieses Jahr das große Open Air, wie fandst du's? Es war wirklich mega, vor allem mit diesen Special Effects auf der Bühne, das war richtig cool. Da war so Nebel und Feuermaschine und bunte Lichter und so, das macht schon immer viel her. Und natürlich das Richtigste, die Leute haben richtig gut gefeiert. Ja, siehst du mal, was wir Hessen alles können, ne? Ja, man soll's nicht glauben. Kannst du ein Resümee ziehen, zu letztem Jahr, zu diesem Jahr, wie fandst du's? Man kann das eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, vor allem, weil ich jetzt auch relativ spät aufgetreten bin als Letzte am Abend. Da ist die Stimmung eh noch mal meistens ein bisschen ausgelassener als am Tag. Aber ich muss sagen, es war beide Jahre mega cool. Also ich muss sagen, ich fand deinen Auftritt richtig geil. Und ich freu mich natürlich, wenn du nächstes Jahr wieder mit dabei bist. Ich hoffe. Ich hoffe. Das Leben ist ne Party, wir reißen alles ab. Alleluia. Das Leben ist ne Party, wir reißen alles ab.